ihr seht es ich habe ihn mir jetzt doch gegönnt weil ich unbedingt so neugierig war wegen dieser musik jetzt muss ich mich erst mal einspielen heute kaum gezockt was ist schaff ich doch schaffe ich es auch 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 it's mine nice the fuck richtig viel das game gönnt uns ja richtig heute schade ich brauche unbedingt eigentlich double oh nein die money ah doch habe ich mitgenommen da ist jemand drin ja 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 Was passiert hat? Habt ihr alle rasiert? Nein, ich hab noch Fortnite gespielt. Das hättest du gucken müssen. Das war ultra witzig. Was ist das für ein Schild? Der packt ja einen Ass, Alter. Arschpacken erlaubt hier, oder was? Was ist das für ein Fortnite-Update? Lädt ja ewig. Äh, keine Ahnung. Am Anfang stand irgendwas mit Steam, Friends, Eden und so ein Scheiß. Freund, ich muss ultra doll. Eigentlich muss ich aufs Klo. Warum? Warum geh ich nicht vorher, ey? Warum kann man hier einfach vorher scheißen gehen, ne? Fuck off. Ich fühl mich irgendwie heuer. Weiß nicht. Hört sich alles so holprig an. Naja. Wieso landet hier niemand? Und Pleasant war doch früher voll Action geladen. Hm, I like. Nicht das. Was hat dem? Das brauch ich nicht. Hm. Ah, er bräuchte ich eigentlich trotzdem, ne? Ah, well. Erstmal weine. Kommen die anderen heute auch noch Fortnite? Äh, weiß ich nicht. Ich streame jetzt halt gerade auch nur auf Twitch. Nicht auf YouTube, weil die anderen nicht dabei sind. Die sind, glaube ich, keine Ahnung, wo die gerade sind. Jan war hier eben noch. Aber der ist ja eh in Fortnite gerade nicht so am Start. Der ist... Was warte ich? Der ist eher in Heartzone gerade. Ist da, glaube ich, auf Rang 3 oder so gerade. Levelt sich gerade hoch zu Legend. Und... Ach, Kacke, Mann. Vollverkackt. So, und wieder vercheckt. Oh, Mann. Warum spielt Abdel kein Fortnite? Kann der auf keinen Fall. Mach Blitz schnell. Den Modus. Könnte ich machen. Heartzone bin ich gerade Rang 8. Feels bad, man. Äh, keine Ahnung. Ich bin voll nicht der... Also, ich bin so schlecht zu einem Kartenspielen. Okay, ich habe mich nie näher damit beschäftigt. Aber ich habe dann nur Rang... Äh, 15. Da war, glaube ich, mein Maximum. Oder 12. Ich weiß nicht mehr. Ja. Das schaffe ich aber noch. Wo ist denn das? Ah, inmitten von Tilted. Ich bin mal gespannt, wo die Guys hier jetzt alle sind. Hm. Ach, Kacke, ich habe ja gar keine AR. Schade, schade, schade. Ah, der ist reingegangen, ne? Ah, die Falten da. Ah, ne, ne, ne. Ah, da oben ist ein blauer Treck. Und wo schießt du denn? Mein Freund. Okay, das... Oh, oh, oh. Hier ist jemand. Oh, oh, oh. Ja, wo wusser denn? Ach, Mensch. Oh, oh, oh. Oh, das war so cool. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, da ist eine blaue Eier, nice. Ah, dann spannst du die mal weg. So. Ach so, da sind wir her. Oh mein Gott. Ich hatte den Typ. So, da war jetzt jemand. Oh mein fucking Gott. Ach du Körger, da liegt so viel. Oh mein Gott, ich will das alles haben, Mann. Oh mein Gott. Gimme. Gimme your Loot. Ach du Kacke, das schaff ich niemals. Oh mein Gott. Jumpy were nice. Habe ich eins? Ne, habe ich nicht. Oh, Pilze. Mensch und Scanners. Oh mein, oh mein Gott. Ja, reicht, ne? Ja. Yes. Fahr schneller. Ja. Ich kann das. Ich kann das. Bitte schnell. Schneller. Fahr schneller. Fahr schneller. Ja, ja, ja. Fahr schneller. Fahr schneller. Fahr schneller. Oh. Schneller. Schneller, schneller. Schneller. Lauf doch. Ey, wie viel Glück kann man haben? The fuck, Alter. Ey, das... Ich kann mich nicht bewegen. Ich schwör's euch. Oh mein Gott. Ey, ich bin gerade ausgeflippt. Alter, WTF. Was war das? Was war das? Jetzt geh ich aber direkt in die Saunen, Mom. So, das lade ich schnell nach. Hinter mir ist keiner. Gott. Goody, goody, goody. Uh, The fuck. Was denn hier passiert? Ich misch mich hier ein. Ich bin hier. Ciao. 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 Ja, ne. Ich hab schon ne blaue. Blaue Pampi. Wofür sind's denn noch? Fünf. Ah, das Medikit. Ja, okay. Sind halt nur drei Leben, aber die können halt überleben und tot entscheiden, ne. Ist halt leider so. Aber sich dafür jetzt ein Medi reinzupfeifen, lohnt nicht. I see you. Ich weiß, dass du mich auch siehst. Aber, wo bist du hin? Ah, nee. Der ist weggerannt. Ah, Äpfel. Nice. I like. Drei Leute nur noch. Drei Leute nur noch. Oh mein fucking Gott. Das war so knapp. Jetzt ist er genau in dieser Tür drin. Sicher, sicher. Einer nur noch. Endgame, Jan. Stream und Endgame. Medikit, nice. Ich weiß nicht, wo der ist. War da? Ist alles nachgeladen? Ja. Wallet. Schubere. Ich weiß nicht, äh. Das war's für heute. Okay. Okay. Ist das so dumm? Easy! Hu! GG, Freunde! Bis zum nächsten Mal.